Herzlich willkommen zum mittlerweile fünften sonntäglichen Kammerkonzert der Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Orchesters Coburg. Antonin Dvorak, Terzett für zwei Geigen und eine Bratsche, eine ungewöhnliche Besetzung, für die Dvorak noch ein weiteres Werk, die Miniaturen hinterlassen hat. Die Miniaturen sind eher für die gehobene Hausmusik gedacht. Dieses Terzett ist doch als wesentlich anspruchsvollerer Werk, welches Ihnen jetzt dargeboten wird von sowohl Kim und Megumi Ikeda an den Geigen und Anne-Marie Birkner an der Bratsche. Wir wünschen Ihnen einen entspannten Sonntagabend. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Amen. 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 Amen.